Und darüber wollen wir sprechen. Sind wir schon voll im Gespräch. Mit dem Journalist und Autor Hans-Ulrich Jörges. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, hallo, freu mich. Zum Anfang mal die Frage, woher kommt diese Protestwut in Deutschland? Hat sich da jahrelang was aufgestaut, was jetzt nach außen getragen wird? Also ich glaube, grundsätzlich ist die Lethargie der Merkel-Jahre jetzt vorbei. Also wir waren ja 16 Jahre lang quasi gesellschaftlich gelähmt. Es hat ja nicht mal ordentliche Wahlkämpfe gegeben. Von Wahlkampf konnte ja keine Rede sein. Es sind Plakate geklebt worden und dann ist man sehr zart miteinander umgegangen. Und das war es dann. Dann haben die Leute gewählt, immer Merkel gewählt. Die kennen mich ja. Man guckt, Herr Jörges, Sie haben manchmal so ein bisschen über den Tellerrand nach links und rechts. Und wenn man mal nach Frankreich guckt, da erlebt man manchmal eine, vielleicht auch Aggressivität in der Austragung von Arbeitskämpfen. Die Deutschen, glauben Sie, haben die den Mut zu dieser Art von Radikalität, wie die Franzosen das an den Tag legen? Ich glaube, dass Deutschland auf dem Weg ist dahin. Also ich glaube, dass wir ganz dicht vor einer Gelbwestenbewegung stehen. Ganz dicht. Also das war ja diese breite gesellschaftliche Protestbewegung in Frankreich 2018 und 2019, wo Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Berufen beteiligt waren, zog sich ein Jahr lang hin. Die haben auch viel erreicht. Die Regierung hat viel nachgegeben. Und ich habe heute gelesen, ich glaube, es war ein Funktionär des Bayerischen Bauernverbands, der gesagt hat, wenn die nicht nachgeben, werden wir anfangen, die Supermärkte zu boykottieren und dann sind die Regale leer. Wenn das passiert, dann sind wir sozusagen am Beginn eines gesellschaftlichen Aufstands. Dann werden andere Leute das auch nicht akzeptieren. Man kann also der Ampel nur raten, dass sie nicht hart bleibt, sondern dass sie das zurücknimmt und andere Möglichkeiten findet, das Geld aufzutreiben. Das hätte sie ja längst finden können. Ich muss zunächst mal vorausschalten, warum haben sie die Bauern ausgewählt? Weil die Bauern nicht zur Kernwählerschaft der Ampelparteien gehören. Da ist es am bequemsten. Tut nicht weh bei der Wahl. In diesem Jahr werden ja drei Landtage gewählt und die Europawahl. Und die Bauern haben immer mehrheitlich CDU, CSU gewählt. Die können wir ruhig rasieren. Das ist eine Art von Zynismus. Die ist mir wirklich hochgekocht. Ich bin vollkommen auf Seiten der Bauern. Und dann muss ich sagen, warum eigentlich verdammt normal hat die Politik nicht bei sich angefangen zu sparen? Also ich will nur ein paar Beispiele nennen. Das Kanzleramt soll erweitert werden. Die Bürofläche verdoppelt. Das kostet ungefähr nach jetzigem Stand 800 Millionen. Es werden am Ende über eine Milliarde sein. 800 Millionen wären ungefähr der Betrag, den man den Bauern aus den Taschen ziehen wollte. Warum hat man nicht gesagt, wir verschieben dieses Projekt für fünf Jahre oder zehn Jahre? Das hätte niemandem wehgetan, wer mal im Kanzleramt war oder es auch nur von außen sieht, weiß, wie groß das ist. Ich weiß gar nicht, was die Leute da alles machen sollen. Dann, der Staat und die Politik greifen ja derart, wie soll man sagen, ungebremst in die Steuereinnahmen rein. Bei dieser Regierung gibt es 37 parlamentarische Staatssekretäre. Jeder elfte Abgeordnete der Ampelkoalition ist ein Staatssekretär. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Daneben haben wir noch 46 Beauftragte für dies und jenes. Es gibt seit neuestem unter anderem einen Meeresbeauftragten. Der wird die Weltmeere ganz sicher retten. Aber er hat natürlich ein schickes Büro und kriegt ein ordentliches Gehalt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten für den Staat bei sich zu sparen. Tut aber keiner. Wird überhaupt nicht dran gedacht. Die Opposition hat jetzt ein leichtes Spiel, natürlich auch mit diesen Protesten im Rücken die Ampel zu kritisieren. Das ist auch wirklich leicht in diesen Tagen. Aber Sie haben vorhin gesagt, die Lethargie der Merkel-Jahre, da war also auch nicht alles gut. Nee. Könnte die Opposition, sagen wir jetzt mal, die Union, das wirklich besser? Das weiß man nicht. Das wissen auch viele Leute nicht. Deshalb sind die so zurückhaltend. Die CDU und CSU hat bei den Umfragen ja bisher nichts gehabt von dieser Entwicklung, von diesen Protesten. Diejenigen, die was eingefahren haben, war die AfD. Und zwar fast vollständig die AfD. Die Union liegt immer noch bei 31, 32 Prozent. Da tut sich wenig. Eigentlich müssten die längst auf Richtung 40 Prozent zugehen bei dieser Lage. Und die sind weder rhetorisch noch inhaltlich richtig aufgestellt, um den Leuten klarzumachen, wir sind die Regierung im Wartestand. Den Eindruck erwecken sie nicht. Deshalb, glaube ich, wird sich auch so bald dann nichts tun. Aber wir werden in diesem Jahr sehen, dass möglicherweise der AfD noch weiter nach oben geht, weil die Union sich nicht richtig anbietet. Frauen haben sowieso einen großen Vorbehalt gegenüber Friedrich Merz. Daran hat sich nichts geändert. Das wird auch so bleiben. Aber bei der Frage, dass man eine vernünftige Regierung gibt, werden die Frauen auch einsehen, dass sie möglicherweise ihn wählen müssen, damit es mal anders wird. Und ich kann mir ja auch, aber es wird so kommen, ich kann mir ja auch ehrlich sagen, ich will mir auch nicht vorstellen, dass diese Regierung noch zwei Jahre im Amt ist. Die haben sich für dieses Jahr nichts vorgenommen. Wir wissen von gar nichts. Es gibt keinen Plan. Wir wollen, es ist ja eine Reform-Erneuerungs-Koalition angeblich. Wir wissen von keinem Plan, den die haben. Ich glaube, der einzige Plan, den die haben, ist... Geld suchen. Bestehen bleiben. Also an der Macht bleiben. Und dann, wenn sie dieses Jahr überstanden haben, ist man schon im Wahljahr 25 und dann dauert es nicht mehr so lang. Aber eins steht für mich fest. Olaf Scholz, der fest geglaubt hat, dass er wiedergewählt wird, wird ganz sicher nicht wiedergewählt. Die Ära Scholz ist nach vier Jahren vorbei. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Hans-Ulrich Jörges, danke für das Gespräch. Danke auch. Wir treffen uns wieder. Danke. Danke.